Hallo, mein Name ist Klaus Abransky, ich bin hier Baukirchmeister. So im Jahre 2010 wurde ich in den Bauernfinanzausschuss berufen, als beratendes Mitglied und zwei Jahre später wurde ich dann Presbyter und seitdem kümmere ich mich um die Gebäude und Liegenschaften der Kreuzkirchengemeinde. Neben Altar und Orgel gefällt mir ganz besonders diese Säule. Sie trägt das Dach und gibt uns Halt, so wie unser gemeinsamer Glaube. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020